Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie herzlich zum Juni-Zinskommentar von Immobilienscout24. In diesem Podcast-Format wollen wir Sie über die aktuellen Zinsentwicklungen auf dem Finanzmarkt informieren und dafür werfen wir auch immer noch einen Blick hinter die Kulissen. Die Juni-Ausgabe unseres Podcasts steht unter der Frage Leitzinsänderung bei der EZB. Doch wie immer zunächst das Wichtigste in Kürze. Erstens, Europa gewinnt an Interesse. Wahlbeteiligung an der Europawahl ist so hoch wie lange nicht. Zweitens, alles bleibt gleich. Keine Leitzinsänderung bei Fed und EZB. Drittens, neues Kapitel im Handelskrieg. Wie geht es weiter mit Huawei? Und schließlich viertens, auch im Mai sind die Bauzinsen im Immobilienscout24-Zinsbarometer gesunken. Stell dir vor, es ist Europawahl und alle gehen hin. Etwas verblüfft könnte man so etwas denken angesichts der neuen Europa-Euphorie. Die Wahlbeteiligung am 26. Mai hat sich in den meisten europäischen Ländern teilweise massiv erhöht. In Deutschland auch. Von rund 48% vor fünf Jahren zu jetzt 61,5%. Nach etlichen Jahren des Desinteresses an der Europapolitik, seit 1999 dümpelte die deutsche Wahlbeteiligung irgendwo in den 40%-Niederungen herum, hat sich das Interesse an der Europapolitik offenbar gründlich geändert. Bei der EZB hat sich seit der letzten Zinssitzung nicht viel getan. Erst Mitte Juni tritt das Gremium wieder zusammen. Mario Draghi, dessen Geldpolitik vor allem aus Deutschland immer wieder angefeindet wurde, bekam unterdessen Schützenhilfe von einem deutschen Bundesbanker. Thomas Schneider, aus dem Stab des Präsidenten bei der Deutschen Bundesbank-Hauptverwaltung in Bayern, erklärte bei einem Wirtschaftsfrühstück die Angemessenheit der EZB-Maßnahmen. Die Inflationsrate von 2% hat sich als richtig erwiesen, betont er das Ziel, das die EZB seit der Finanzkrise verfolgt. Entsprechend sprach er sich auch dafür aus, bei Erreichen der 2%-Hürde die Geldpolitik radikal zu verändern, sodass die Zinsen dann wieder steigen dürften. Wartepositionen bei der FED Auch bei der amerikanischen FED ging die letzte Zinssitzung am 1. Mai ohne weitere Maßnahmen zu Ende. FED-Chef Jerome Powell zeigte sich erneut unbeeindruckt von Präsident Trumps Forderung, die Leitzinsen zu senken. Wir sehen keine starken Argumente, uns in irgendeine Richtung zu bewegen, formulierte Powell auf der Pressekonferenz. Die Kerninflation war in den USA im März auf 1,6% gesunken. Das sei, wie auch in Europa, auf Dauer für die USA zu wenig und ein Signal dafür, dass die Geldpolitik zu straff sei. Derzeit will der FED-Chef aber noch an eine vorübergehende Abschwächung glauben. Mit anderen Worten, zukünftig könnten die Zinsen sowohl hoch als auch runtergehen. Donald Trumps nächste Phase im Handelskrieg mit China hat großen Einfluss auf die Wirtschaft. Unter anderem der Technologiehersteller Huawei landete auf einer schwarzen Liste. Amerikanische Unternehmen dürfen den Hersteller nicht mehr beliefern. Das hat auch zu einem Aufschrei unter den Smartphone-Fans weltweit geführt. Huaweis Geräte hatten kürzlich erst Apple vom zweiten Platz beim weltweiten Marktanteil verdrängt und sind drauf und dran auch Klassenprimus Samsung einzuholen. Google hat schon angekündigt, dass es Huawei und deren Kunden nun nicht mehr mit Updates und Apps versorgen dürfe, was für viele Nutzer und potenzielle Käufer ein No-Go sein könnte. Schließlich ist Googles Android-Betriebssystem das Software-Herz der Huawei-Smartphones. Wenn mit harten Bandagen gekämpft wird, könnte China nun im Gegenzug die Apple-Produktion im Land boykottieren. Fast alle Geräte mit Apfel-Logo werden in China zusammengebaut und auch ein Drittel des Apple-Gewinns entsteht im Reich der Mitte. Das Immobilienscout 24-Zinsbarometer zeigt, im Mai sind die Bauzinsen erneut gesunken. Immer wenn man denkt, es geht nicht noch niedriger, sinken die Bauzinsen erneut. So auch im Mai. Die fünfjährigen Zinsen reduzierten sich um 0,05 Prozentpunkte auf jetzt 0,72 Prozent. Wer nur kurzfristig Geld braucht oder eine Anschlussfinanzierung benötigt, kann hier echte Schnäppchen machen. Auch die zehnjährige Zinsbindung gab nach, wenn auch nur um 0,02 Prozentpunkte. 1,03 Prozent ist der neue Wert. Bei den 15-jährigen Krediten bleibt alles wie im Vormonat. Nahezu eingefroren 1,38 Prozent. Auf lange Sicht wird es auch günstiger. Kredite mit 20-jähriger Zinsbindung sind um 0,04 Prozentpunkte auf 1,58 Prozent gesunken. Damit sind wir am Ende des Immobilienscout24-Zinskommentars für den Juni 2019. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail unter podcast.scout24.com. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Andreas Böhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.